Sie hielten aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias. Da er spricht, sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel und haben sie gegeben und einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger und der Landpfleger fragte ihn und sprach, »Bist du der jeden König?« Jesus aber sprach zu ihm, »Du sagest's!« Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, »Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen?« Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.